Jo Leute, das ist mal wieder ein Infovideo. Ja, ich habe ja in der letzten Folge von Craftedoy gesagt, dass ich jetzt am, also heute, den Livestream mache. Ich will den ja wiederholen und ich fange um 3 Uhr nachmittags an. Wie ihr den Livestream sehen könnt, ist in der Beschreibung. Es läuft auf twitch.tv Ja, gezockt wird generell Minecraft mit Craftedoy, ComaHD-Server, Bad Wars und alles mögliche. Und ja, ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Und vielleicht habt ihr ja Lust, habe ich ja letztens gesagt, ihr habt ja eine Chance, mit mir mal alle zu skypen in einer großen Gruppe. Und dann können wir ja auch alle mal zusammen was zocken, was ihr wollt. Und ja, ich freue mich auf euch und ja, bis dann. Ciao mit V.